Grüß euch aus dem Gerechten, Innsbruck. Sommerzeit, Urlaubszeit. Ich bin mal kurz weg, hat es geheißen. Ja, ganz genau, das nehme ich für mich auch in Anspruch. Ich bin jetzt da einige Tage sozusagen mit meinem Moped quer durch Österreich unterwegs. Das Moped darf euch vorstellen. KTM Bonny, 32 Jahre alt, mit 2,5 PS und da gibt es ein Moped-Rodeo. Da fahren über 1.000, ihr die Startnummer 925, über 1.000 Mopedfahrer mit ihren alten Mopeds quer durch Österreich, 1500 Kilometer. Start ist am Wörthersee, Wendepunkt ist am Neusiedlersee und ich werde auch teilnehmen, habe mich da letztes Jahr schon angemeldet, da bin ich innerhalb einer Woche von allen Startplätzen bereits vergriffen. Leider Gottes überschneidet sich das jetzt mit dem kommenden Gemeinderat, aber ich habe da sehr gute junge Vertreter, Ersatzgemeinderäte, die das sicher sehr gut machen werden. Wir haben einige Videos schon vorgearbeitet, das heißt, wir werden auch nächste Woche am Laufenden halten über aktuelle Probleme. Genau, und ich werde jetzt sozusagen, weil eine gewisse Ruhezeit und eine gewisse Entschleudung brauche selbst ich, ich werde mich jetzt eine Woche lang sozusagen chillen und relaxen und danach mit Vollgas voraus für ein gerechtes Innsbruck. Ich wünsche euch das Beste, Servus Innsbruck und Servus Tirol. Und Tirol!